Gut, heute ist Türchen Nummer 7 dran. Das haben wir hier. Oh, jetzt fällt schon ein bisschen was um. Machen wir mal auf. Na, komm schon. Eieiei, jetzt will es nicht. Jetzt will es. Wunderbar. Was haben wir hier drin? Wir haben hier eine Tasse Küchenlein oder ein Tassenküchlein, um genau zu sein. Und hier unten haben wir wieder eine Milka und ein Schokoschneemann. Jawohl, ein Schokoschneemann. Vielen Dank, liebe Reka.